Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei unserem Filmchen gelandet seid. Wir sind der Musikverein Osterath, der hier in der Gegend seit 1925 für gute Blasmusik sorgt. Zwischen Krefeld, Neuss und Düsseldorf liegt unsere Heimatstadt. Der allerschönste Teil davon ist Meerbusch Osterath. So hat unser Musikus Burkhard Brings das Heimatlied der Südtiroler, den Bozner Bergsteigermarsch, zum Osterather Schützenlied umgedichtet. Und weil in diesem Jahr 2020 kein Schützenfest stattfinden kann und der Musikverein nicht mal zusammenspielen kann, haben wir mal versucht, den Bozner in Heimarbeit neu zu kreieren. Vielleicht singt sogar noch jemand dazu. Bitte schön, Herr Kapellmeister. Musik 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 Musik